ARKEM ORIGINS Sie sind alle tot. Hier ist etwas mehr Sinister passiert. Das ist ein Feuerlöscher. Das sind zerstörbare Wände. Aber nicht, dass ich gesucht habe. Oh, der wäre ab. Hast du ein neues freigeschalten? Nö. Ah, umgekehrter Batawang. Wir könnten uns hier unten einen Haufen neuen Kram vom Upgrade suchen. Drahtseil ausschalten und Seilrutschen ausschalten. Uh. Okay. Ah. Hätten wir wohl früher kaufen müssen. Was können wir jetzt hier kaufen? Klingenducken ausschalten. So besser als deine Defensive, indem du einen Klingenducken mit einem Ausschalten abstehst. Oh, das klingt gut. Die nerven mir die ganze Zeit. Dieser mächtige Gegenangriff Okay. Ja. Wird einem Angreifer mit einem Klingel oder einem Scharfe Objekt sofort ausschalten. Wunderbar. Ja. Ja. Hm, das was nicht funktioniert hab ich mir schon gedacht. Ah, da oben. Bad Claw. Oh, BABY BABY. Ne. Das lassen wir mal. So. Leise kaputt machen. Hm. Wunderbar. 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 Wo auch hin zur Vaiglichen D Guy. Wunderbar. Wo auch hin? Ich planned die Wand auf cmdreven. Roman, ich bin hier für den Joker. Sehen wie ich. Z pavement. dictatorsHerr! You know, the Joker? The who? And you, sir? Name Joker ring a bell? You son of a bitch! You think you can steal from me? Get away with it! You're a dead man. Dead! Can't you just play along! You're insane! It's been you this whole time. You hired the Assassins. You've been running Sionis' operation. Well, technically it's my operation now. Isn't that right, boys? You've got me. Now let her go. Oh, life would be so simple if you were all I wanted. No, no. You're just a teeny little distraction compared to what I've got up my sleeve. Ha 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 ha! Here! Have a laugh on me! Ha 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 ha! Do you hear that? Sounds like eight tiny reindeer! Ha 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 ha! Hah ha 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 ha. Haha. Die hat sich totgelacht. Der da. Wir müssen warten, bis wir den Stößern erwischen können. Kill the Bat. Der Joker weiß, dass ich die Explosion überlebt habe. Ich muss zuhören, bevor er Sionis oder jemand anderes tönt. Es macht keinen Sinn. Er ist schockiert. Wie viele Plätze hinter ihm? Vielleicht ist er nicht schockiert. Vielleicht bist du so blind und du bist dumm. Ich kann ihn nicht finden, Mann. Er ist nicht hier. Ich finde ihn. Ich finde ihn. Ausgeschalten. Sehen wir noch an. Ist natürlich ungünstig. Jetzt sah aus. Muss ich die alle besiegen eigentlich? Der Batman ist der erste Speedbump und er ist wenigstens schlafen. Was ist das? Ich bin wirklich verrückt. Ich habe ihn! Hey! Ich bin weg, aber nicht wieder zuhören. Komm ich hier raus? Nee. Wir müssen alle erledigen. Das ist nicht möglich. Okay, wer ist mit da? Die Lautsprecheranlage. Die Lautsprecheranlage. Die Löcher haben wir noch? Wir haben noch zwei Hänger. Warum schlagen wir das ganze da? Wie können wir die Leute am besten ausschalten, wenn sie ihre Waffen haben? Ich weiß nicht, dass du immer klingst, Batman. Es gibt immer noch viel Spaß, die da draußen haben. Wenn ich... Das ist wirklich möglich. Unterbrecher. Er kann nicht sterben. Hm. Und die... Ah, das ist alle. Könnten... Den... Den... An... Den da. Den da. So. Super abgelenkt. Schau raus! Hm. Wie kommen wir am besten an die ran? Ich werde mich an die an die ran halten. Drei oben, zwei unten. Alle im Team unterwegs. Proud Bow won den wütenden Rescues unserer giggelnden Bankmanagerin, Batman. Ich bin sicher, dass sie diese extra... ...mögliche Richtung. Das ist auch ungünstig. Ich weiß nicht, dass wir rauskommen. Okay. Jetzt kann man den da holen. So. So. Da waren es noch drei. Wohin geht's hin? Ah, ich hab die Leiche gedeckt. Ja. Schau ihn raus! Das ist alles, was es braucht, um dich rauszukommen. Okay, die sind beschäftigt. Alle. Dieser Mann wird zurück. Siehst du das? Das ist, was ich... Ich fühle mich. Ey. Nein, ich will zu dem, der schießt. Komm. Okay, die... Okay, die... Okay, die... Die lassen ihre Waffen nicht fallen. Die sind angeklärt an die Hand anscheinend. Das geht also so nicht, dass man die im Nahkampf besiegt. Ding, dong! Der Bate ist tot! Welcher Bate? Der dumm alte Bate! Ding, dong! Der dumm alte Bate ist tot! Ha, 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 ha! Der fiese Joker! Ah, das ist, das ist ein bisschen fies, dass man die Waffen nicht abschlagen kann, quasi. Das heißt, ich kann, ich muss einzeln und alleine die einzeln noch ausschalten. Geht nicht anders. Ich hab Helen. Er ist nicht tot. Ja, mach mal ein bisschen auf hier. So, haben wir einen blöden Dinser ausgeschalten. So, zwei Waffen können wir ausschalten anscheinend. Da sitzen drei. Und mal drei unterwegs. Okay, mein Lebensraum braucht eine neue Rung. So bringe mich den Körper der Welt. Wenn ich nicht mehr, dass ich so etwas geben würde, hätte ich meine 50 Millionen in den vollen Körperkastungsmarkt gemacht. So. 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 Ich habe den Mann gefunden, den er spricht! Mann, du hast dich gebetet! Haben wir irgendetwas wieder reinschmeißen können? Bleib scharf, weil die Knügelhäuser haben das gleiche Ding kommen! Koffe alle Körner und find ihn! Ich kann nichts sehen! Ich kann nichts sagen, okay? Aufmerksamkeit nächste Woche! Karpuzel hört den Schmerz an! Alle Körner und Körner schüttelten sie! Und alles in der Flucht! Er ist in meiner Seite! Man darf nicht sprinten, das heißt, ich mach's schon die ganze Zeit richtig Hey, das ist besser! Ich muss nach oben Was ist das? Was ist das? Ich hab's gesehen! Ich hab's gesehen! Was ist das? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! E Leuten drehe ich mir auf mal einen Und die Lauf 25 Er war Quarterstorm, sie kam hin zu Beobachträgen Where's the Joker going? Guy's nuts, man. Killed about a quarter of Black Masked men when they wouldn't take orders from him. Unless you want to join them talk. He said something about the steel mill. That's Sionis's mill. It's Joker's mill now. Ain't no way you're getting there. I didn't ask for your opinion. He's not on a torch. Oh, die Einschusslöcher am Körper. Leicht verdientes Geld. Toll, die Polizei steht vor der Tür. Das hat man doch schon gesehen. Oh, das war Weihnachtsbeleuchtung. 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 Whatever these Relays are protecting, it can't be good. I should destroy any more. I come across. Okay, müssen wir's mit denen anlegen? The Bat? Are you serious? Nice. So we gotta collect that bounty? That's the plan. Remember, there's a bonus if we bring them alive. Alright, say sure, people. It would be the first time the Bat got the jump on us. Keep your eyes open. You see even if you want to go out. Yes sir. Absolutely. And no more yaki. I want to dance silent. Anyone here as much as a pin drop? Call it out. That's our perk. Looks like trouble. Let's go. Hey. 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 Will der weitermachen? Uh. Und er bricht mein Angriff. Hey. Hey, will der weitermachen? Hey. Hey! 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 Hey, der hat mich jetzt mal in Ruhe hier boxen! Hey! Hey, der hat mich doch mal in Ruhe hier boxen! Ich hab ihn mit meiner Disabilityen. Hä? Er ist ein Baby. Oh. Der innocenter Mann wird sterben. Und wir wissen beide, dass du das nicht ermöglichst. Also die Frage ist, kannst du ihn finden, Batman? Kannst du ihn retten? Ich habe drei Bomben geplant, wo Gothams Korruption am stärksten ist. Aber außerhalb von denen, die ich kämpfe, um zu überlassen, glaube ich in der Wahl. Also, ich offer dir einen. Lass sie den detonieren oder stoppen sie. Deine Aktionen werden entscheiden, was ich mit dir mache. Entschuldigen. Das ist der Mann! Das ist der Mann! Sonst, das ist der Mann! Das ist der Mann. Das ist der Mann. Das war der Mann. Ich habe es geschafft! Hi, und tschüss. Wir müssen ja in dem Haus vorbeifliegen. Da hinten. Okay, zoomen. Speed aufnehmen. Und hinfliegen. I need any unassigned unit for special assignment. Stand by. Okay, hier gibt's Ärger. Unter mir. Oh. Hmm. What do you want, Mama Luke staring at her? We need to help those guys. End of the line. Hey. Keep after it. Bring it up. Ah, der nicht wird geschlagen. Halt! Batman Fights! Ah, ich hab's richtig gedrückt. Ah, sah so gut aus. Ah, das ist mit X-Spam. Ah, das ist mit X-Spam. Das war die noch nicht. Weil die jemals reinigen können. Moment war nicht so ein Paket. Okay. Okay. Enigma, datenmarkets sichergestellt. Noch eins Überall ist voll Dann gehts ja eigentlich in die Hauptsache hier Für die Nebenaufgaben, sowas sollt ihr eigentlich Ihr euch das Spiel holen und damit wir Äh, damit ihr euch das auch Entwicklern zurückgebt Sozusagen Okay, wir sollen hier rein Aber wir sollten vielleicht Nicht so rein Okay Den möchte ich haben Nein Hört mir die Nerde dazu So Aussichtspunkt Kann ich drüber erwähnen? Hey! Aber du wieder in die falsche Richtung siehst Batman, ja Ich bleib mein Absprung Und Und Das sah Sehr seltsam aus Dann kann man die Luft sprengen Dann machen wir das doch mal Später, wenn einer vorbeiläuft Oh, ein Oh, ein Dad-Paket So, erledigt Ich habe ihn, er ist hier Ah, ne Da wurde ich nicht hin Ich kann ihn wieder verlieren Und Okay Wir haben So gut wie keine HP mehr Wer ist da? Wer ist da? Das ist mein Mann! Hm. Jeb, drängst fest. Mist. Hm. Verdammend, schade. Ich will nicht, wie ich hier vorhanden will, ich will nicht, wie ich hier vorhanden will. Alle ausverteilen, damit wir nicht zwischen uns fallen können. Das ist ein Test. Gehen Sie sich um den Eindruck, um zu vertreten und zu vertreten. Ah! Oh! Erstmal weg. Ne, da wollte ich jetzt nicht viel zurück. Egal. Better Wing. Nein! Was ist das? Wir sind alleine! Nein! Und... Zack! Niemand kommt bei mir! Niemand kommt bei mir vorbei. Okay. Niemand kommt bei mir vorbei. Okay. Ich bin bereit, meine Hand auf Black Mask. Und vielleicht auch den Joker. Okay. Gut. Es ist bereit zu gehen, wenn du es brauchst. So. Muss ja gemacht sein. So. Und ich würde sagen, hier ist der perfekte Ort für Arning Clown & Cut. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.